hört eine neue folge vor 100 hier werden knöpfe nicht nur gedrückt sondern auch nie wieder losgelassen da schlackern euch die teebeutel herzlich willkommen zur 86 folge von vorhundert heute ist der fünfte fünfte 2018 schnappsal und vor 100 jahren war auch schnappsal nämlich der fünfte fünfte 1918 warum haben wir hier kein schnappsal auf dem tisch wenn das für dich eine schnappsal ist ja das weiß man auch nicht steffen ist auch sehr unzufrieden warum deshalb dazu kommen wir gleich ja hier sind erstmal der louis und und steffen hallo liebe zeitreisende und wir haben wie gesagt die 86 ausgabe dieser sendung und unsere folge gliedert sich wie folgt wir beginnen mit den hausmeister themen begrenzt auf zwei minuten denn podcaster reden immer viel zu viel über sich selber und zwei minuten reichen wir wollen euch da verschonen danach kommt luis die meldungen die meldungen aus der zeit von vor 100 jahren die wir durchgehend und kommentieren werden und zum schluss runden wie das ganze ab mit totholz du stellst ein buch vor hast mal wieder harry graf kessler ausgegraben und ich habe vergessene stimmen dabei okay dann würde ich auch sagen beginnen wir direkt mit den hausmeister themen steffen stelle bitte deine date die eier uhr diesmal online steffen liebt seine eier uhr auch die online eier uhr so zwei minuten laufen luis ja also wir haben viel viel zu erzählen also erstmal der hauptereignis der letzten wochen war letzte woche war wir haben ein tape deck geschenkt bekommen tatsächlich wenn ein unserer hörer und das ist angekommen ich habe es gereinigt entmarktetisiert und begeistert genutzt und das gefällt mir sehr und zieht sehr gut hier aus auf meinen ja also 50 prozent des vor 100 podcast teams sind sehr zufrieden und hoch euphorisch genau haben wir nehmen die aktuelle folge auch auf kassette auf ja und aber nicht mit dem tape deck weil wir hatten rückkopplungen mit unseren mit unseren zoom h5 das hat gebrummt da gibt es irgendwie eine frequenz überlagerung wir müssen den noch auf den grunde gehen und haben ein alternativen korrigieren du musst dem noch zugrunde gehen ja ich musste dem zugrunde gehen und ich habe ein alternatives aufnahme gerät jetzt hinzugefügt aber ich möchte mich auch noch mal bedanken bei der person die das louis vermacht hat ich war da ehrlich gesagt völlig raus und habe euch da mal machen lassen aber vielen dank ich finde sowas ja toll und dann hatten wir auch feedback zur vorletzten sendung vom chancen noch mal der wohl auch mit diesem aufnahmegerät was du jetzt gerade in einsatz hast damals unterwegs war und noch nostalgisch in erinnerung schlägt ja wie gesagt also waren waren sehr schöne tage ich habe es gereinigt und habe mich darüber gefreut ansonsten sind in meiner wohnung steffen bisher gefahren und steffen ist nicht zufrieden weil wir haben wir ich habe jetzt hier gerade 40 minuten mit verschiedener uraltechnik und kabeln umhantiert bis sich das ganze zum laufen gebracht habe ich würde sagen muss jeder erfahrung wird mal ein schlauer das sind wieder diese berater sprüche steffen ist immer noch also 40 minuten ja lass es uns nicht weiter kommentieren genau gut ja dann würde ich sagen beginnen wir mit den meldungen von vor 100 jahren hatte keinen sound interessant aber sie läuft jetzt auch ab denn ja kommen wir zu den meldungen du sagst es noch mal vielen dank für das tape deck louis ist glücklich ja wir beginnen mit der ersten meldung denn deutsche truppen besetzen eine region die auch heute wieder im brennpunkt der weltgeschichte steht nämlich die krim die krim ja auch vor 100 jahren im pokus als deutsche truppen dort die krim einfach besetzen wie kann es sein dass war nicht der krieg aus louis ja wir hatten einen friedensvertrag oder waffentisch stand an der ostfront trotzdem sind noch eine million deutsche truppen und viele österreich ungarische verbände im osten und die nehmen teil russischen bürgerkrieg und die deutschen weiten ihre einflusssphäre aus im osten besetzen die krim parallel zur frühjahrsoffensive im westen finde ich fast also ich finde es auf einer art faszinierend zu welchen militärischen operationen die damals in der lage waren das parallel stattfinden zu lassen sehr von der logistik und der manpower und auch ja gut aber logistik war schon vor 100 jahren ziemlich ziemlich fortgeschritten allein diese logistik des eisenbahnverkehrs war ja schon also es war eine richtige glanzleistung menschliche arbeit also logistik konnten die schon ja das merkt man auch daran dann ist leider eine der schillerndsten figuren des ersten weltkriegs ist gestorben am 24 4 ich denke am 21 am 24 ich sage am 21 am 21 sagst du der eintrag von nari kraft kessler ist vom 24 4 wobei die frage ist wann er das gemerkt haben 21 ist er gestorben gut das ist der 21 vierte ist es ist er gestorben dann hat harry kraft kessler drei tage gebraucht das mit zu bekommen ja muss ja auch erst mal in der zeitung stehen da musste auch erst mal darüber schreiben genau steffen hat recht steffen ist immer noch unzufrieden möchte nur keine keine böse hörer post wieder bekommen aber ihr habt euch um drei tage vertan ja der von der podcast ist halt auch nicht immer tagesaktuell eben gestorben ist manfred freiherr von richthofen auch bekannt als der rote baron oder le petit rouge sagen die franzosen ein auf allen seiten verehrte figur die total bekannt ist also ich würde sagen wenn man über den ersten weltkrieg redet und namen nennen kommt ja auch doch der rote baron ja es ist auch eine berühmte filmfigur also dieser dieser typische doppeldecker in rot angestrichen drin sitzt ein menschen mit so einem wehenden schal und ist dann der rote baron oftmals so eine gegnerfigur dargestellt genau aber ich habe anscheinend jetzt richtig vermutet dass dann im harry graf kessler teil noch mal was dazu kommt ja da sagen wir auch noch mal zu was aber wir können mal erwähnen haben klar die meist wenn ihn kennen er war hat bekannt weil er die am höchsten der die höchsten abschuss sagen hatte eines piloten im ganzen ersten weltkrieg parallel ist er halt mit einem rot gestrichenen flugzeug geflogen da kann man selber auf die idee das einfach mal rot an zum malen ja genau und er war sehr gut im selbstmarketing er hat schon 1917 angefangen mit autorisierung der ohl eine art autobiografie zu schreiben die habe ich gelesen zum ersten mal als ich 15 war und zwar es gab ein ganz tolles computerspiel das ist empire flying corp und die haben dieses buch dazugegeben damals zu computerspielen so habe ich das gelesen damals hat man noch richtig so eine karton zu computerspielen kommen es ist auch eine wiedergabe ein wiederaufdruck einer alten auflage ist auch mit altdeutschen buchstaben und ich bin ganz froh weil ich habe das buch bestimmt schon mal gelesen als ich so jugendlicher war und habe mich auch total faszinieren und begeistern lassen weil es sehr angenehm zu lesen ist und beschreibt halt sein leben ein sehr kurzes leben weil er wurde nur 26 jahre alt also vier jahre des verwahrt also das ist ja dann wahrscheinlich aber auch propaganda oder absolut aber nur 15 jahre alt bist das liest das ist gut geschrieben wurde auch nahträglich noch mal gesehen heute sehe ich das kritischer mit 15 denkt man sich ah wie cool diese ritterlichen idealer sagt hat auch die die letzte das letzte feld der ritterlichen ehre ist der luftkampf und der hält das die tug das hält das da sehr hoch und wenn man das liest da lässt man sich sehr schnell mit reißen klar im endeffekt ist das sind die da mit irgendwelchen papplauben ohne fallschirm rumgeflogen fallschirm das ist ja nur was für weichlinge und aus dem damals den podcast gelernt eben und erstaunlich dass er so lange durchgelebt hat eine zeitlang haben wir eine recherche habe ich vorher gelesen als nummer dass im april 1917 betrug die lebenserwartung eines englischen piloten durchschnittlich was würdest du schätzen also einsatzstunden eine einsatzstunde das vorhin genannt ich glaube es war um was um die 90 stunden ja genau das ist nicht viel ich weiß nicht wie lange so ein einsatz geht lass so ein einsatz die waren eher kürzer als heute aber lass mal ein einsatz zwei stunden dauern nur eine flugzeit das heißt also ich würde lieber nicht zu dem flugzeug ja richtig ja und der war halt schillernd weil ein rotes flugzeug hatte die meisten abschüsse hatte sehr gut im marketing war hat auch adli hat auch die optik und konnte gut schreiben und die deutschen die haben das dann noch so gemacht die haben um ihn rum den berühmten fliegenden zirkus gebildet das waren sehr bunt angestrichene flugzeuge und die wurden an den hotspots der front versetzt also wie das waren wirklich welche nur die show gemacht haben oder was meinst du jetzt nee die haben die besten piloten zusammengefasst zu einem elite verband mit sehr bunt angestrichenen flugzeugen und haben die halt immer da eingesetzt wo wirklich die kacke am dampfen war auf deutsch und die engländer und die wussten eh bescheid wo die waren sobald die auftaucht wurden die gemeldet und dann haben die sich gesagt okay dann kann ich mich auch bunt anmalen die wissen eh wo ich bin nach dem motto und haben halt dann sehr gute pro pack ist eine sehr gute erfolgreiche propagandamaßnahme muss man sagen auf deutscher seite immer eine der wenigen diese aktion ja es macht ja auch sicherlich dem feind angst wenn er dann irgendwelche legenden hört und es ist vielleicht da ist so ein frischling sind ja auch junge männer die sich denn dafür die dafür eingesetzt werden und der hört schon bevor seinen ersten dienst antritt ja geschichten vom roten baron und dann fliegt er vielleicht seine paar einsätze und sieht dieses rote flugzeug da schon am horizont aufblitzen und dann ja da vielleicht auch ein bisschen muffensausen also es ist wahrscheinlich eine ganz gute propaganda auch um den gegner angst zu machen ja absolut hat hat wie gesagt denke ich meiner sicht auch gut funktioniert ich finde es auch der ist mit 26 gestorben also der ist also ich habe schon vier jahre mehr überlebt als dieser mensch und wir sind nur halb so bekannt ja aber ich fühle mich jetzt noch nicht kalt ja also 26 ja kein alter gut zu manfred freier und richthofen kommen wir später noch mal unter harry graf kessler weißt du was der auch noch gehabt haben wird ordentliche richtige schuhe ja denn holzschuhe scheinen knapp zu sein denn die sind einer preisbeschränkung unterworfen und denn durch den krieg gibt es eine inflation und die preiserhöhung gefährden die versorgung der bevölkerung mit holzschuhen außerdem gibt es eine reichstelle für schuhversorgung und die übernimmt die produktion und den vertrieb von holzschuhen um durch standardisierung hochstoffe zu sparen genau denn es kam anscheinend zu einer richtigen holzverschwendung durch die produktion die nicht kontrolliert wurde fand ich auch eine interessante meldung auch dass man sagt ja die die leute die brauchen ordentliche holzschuhe wir müssen jetzt mal die preissteigerung bremsen richtig vor 100 jahren dann gibt es einen ausschuss im deutschen reichstag der beschäftigt sich mit vermissten und getöteten deutschen soldaten und zwar zum 24 4 27 4 1918 also da kommt noch was dazu und die haben die anzahl der vermissten soldaten gemessen vermisst heißt gestorben sind ja nicht mit runter verletzt auch nicht im gefangen auch nicht weil die werden gemeldet über das rote kreuz oder an die familie gemeldet sondern da wo man nicht weiß was mit denen ist und es geht nur die deutschen soldaten in jetzt dreieinhalb jahren krieg die zahl ist das würdest du sagen sag mal die zahl steffen naja sie liegt über 660.000 wenn das bei über 660.000 sind das vermisste nur vermisste das ist natürlich das ist viel das ist das ist knapp ein prozent der bevölkerung sind vermisst die hatten irgendwas mit 70 millionen einwohner damals im deutschen reich und und das ist knapp ein prozent ist schon viel ja also es ist auf jeden fall eine menge ja kommen wir mal zu den nächsten meldungen wir hatten hier noch was wo wir auch gleich bei zahlen und statistik sind denn es kommt mal wieder zu einem austausch von kriegsgefangenen und zwar sollen 150.000 kriegsgefangene demnächst ausgetauscht werden auch von deutscher und französischer seite ja und das ist eine positive meldung also selbst damals gab es kommunikation über die macht blöcke hinweg und das ist ein gutes signal dass man doch in der lage ist miteinander zu reden und mensch zu sein also wir hatten öfter mal auch im jahr 1914 und 15 öfter mal auch durch das deutsche rote kreuz und auch durch den papst von der kriegsgefangenen austauschen hatten wir jetzt erstaunlicherweise selten mal so eine meldung und ich also gefühlt seltener anscheinend gibt es da auch noch so eine reihenfolge denn es darf nicht einfach jeder soldat einfach mal ausgetauscht werden es werden nur die ausgetauscht die auch zeit über 18 monaten in gefangenschaft leben ja finde ich auch relativ hoch human dass du sagst ja die die halt hier schon lange sind die dürfen jetzt auch mal gehen ist einfach gut dass sie miteinander reden ja das ist das entscheidende dabei gut dann würde ich sagen haben wir eine meldung durch ja und beginnen mit dem totholz teil genau gut wir kommen nun zum totholz teil kurze einleitung totholz heißt bücher und louis und ich haben jeweils bücher du liest schon seit einigen monaten aus dem tagebuch des harry graf kesslers also da hat james bond vor 100 jahren die alte eule der kulturpolitik betrieben hat vor 100 jahren in der schweiz kultur propaganda kultur propaganda meintest du nicht auch mal kulturpolitik mir war so als ob das wort kulturpolitik hieß der steffen jetzt recht hat dann ist der steffen zufrieden ja ich gucke gerade mal die stelle hier eigentlich gefunden kulturpolitik der steffen hat recht steht in der anleitung drin definition davon steffen hat auch aufgepasst wir haben darüber noch mal geredet es gibt eine sonderfolge wo wir jetzt nur über harry graf kessler nur über harry graf kessler beschreiben und da hatten wir das thema hat steffen aufgepasst das ist wohl wahr und zwar das sind die das ist die folge gut vorbereitet ja 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 aber dafür gibt es ja die vorspultaste richtig und das ist die folge harry graf kessler das tagebuch und das ist die letzte folge der staffel 1917 und das ist vh 79 so in der folge haben wir noch mal alles dazu erzählt wer dazu mehr wissen möchte der gläse bitte danach und die alte eule betreibt kulturpolitik in der schweiz die alte eule harry graf kessler und was gibt es denn in den letzten zwei wochen 100 jahren zu berichten wir können erst mal sagen er ist die ganze zeit durchgängig in der schweiz und der erste eintrag den ich mir markiert habe ist vom 24 april 1918 sein eintrag und zwar richthofen ist gefallen richthofen böcke weddingen junge helden die leuchten werden als symbole der schönen wehmütig verklärten jugend die verschwunden ist brüder derer die zurückkehrend in ihren herzens die zukunft der welt tragen ja und wie das ist ein wenig wieder junge werter hat er geschrieben ja der popstar der damaligen zeit manche von richthofen ist gefallen bekommt anträge von jungen damen wie wäschkörbe und also wäschkörbe voll nicht wie wäschkörbe ja genau und er hat das er hat das jagdgeschwader richthofen kommandiert das in mehrere staffeln zusammengefasst zu einem jagdgeschwader das war der berühmte fliegende zirkus und der letzte kommandeur dieses jagdgeschwaders war übrigens niemand anderes als helman göhring und ja wer dazu mehr wissen möchte das haben wir schon gesagt der lese der rote kampflieger von manfred von richthofen dann hat er markiert und zwar dass der reichskanzler eine ist nicht lief ländische abordnung also lettland im hauptquartier empfangen hat und ihr erklärt hat der kaiser sei bereit diesen ländern den militärischen schutz des deutschen reiches angedeihen zu lassen und sie bei der endgültigen durchführung der loslösung von russland wirksam zu unterstützen mit besonderer freude und genügtung hat es seine majestät erfüllt dass sie dem danke für ihre länder durch den wunsch ausdruck verlieren haben dass der neu zu bildende staat den deutschen reich durch eine personalunion mit der krone preußens enger verbunden werden möge diese bitte wird wohlwollend geprüft ach wer hätte das gedacht wohlwollend und die angliederung der ganzen ordenslande scheint also beschlossen ein beschluss dessen folgen unabsehbar sind sagt er ja gerne da er uns endgültig zur todfeindschaft oder ängsten verbindung mit dem übrigen russland zwingt russland wird uns dadurch wirtschaftlich maritim und politisch absolut abhängig eine riesenhafte deutsche entklage ok ja hat er sich aus der sicht von heute geirrt ja aber wie soll man das damals auch gewusst haben meine information ist halt die wenn die den ersten weltkrieg gewonnen hätten wäre das baltikum unter deutscher kontrolle sozusagen gekommen das hätten ja nicht mehr rausgerückt das war schon der plan und interessant da muss man mal so durchdenken was das vielleicht so noch aus der geschichte gemacht hätte eben das wäre ganz anders gewesen so was schreibt er denn noch der harry graf geslater wieder und was erlebt ja und zwar über damen toiletten geschrieben er war in gemf er ging spazieren und das hat er ist einfach wunderschön geschrieben die stelle möchte ich teilen die möchtest du jetzt vorlesen ja ich mach kurz den kamin ja jetzt der kamin knistert abends aß wieder annette mit schickerle bei mir wir gingen nach tisch am see dessen ufer sparsam mit einzelnen lichtern bestanden in kristallender klarheit unter dem monde da lagen in zürich funkelt um den see eine wimmelnde lichtermenge bis weit hinaus hier ist in das dunkle ufer nur hin und wieder ein licht eingelassen wie ein edelstein die nacht bleibt mit sich allein vom menschlichen unbeschwert fast völlig rein die dunklen ufer falten die grauen stillen berge der feine schnee im mondlicht überirdisch vornehmen kühl und schön irgendwie fehlt das glück und zum schluss noch dieses halbsatz irgendwie fehlt das glück das ist so richtig harry graf kessler pur wie wir bei 25 grad in deiner dachgefährswohnung sitzen mit einem mikrofon und du liest aus harry graf kesslers tagebuch ein wunderschönes gedicht was machen wir eigentlich ja ich gehe noch mal auf die alte eule harry graf kessler zu also ihn hat der tod also er hat sich letzten zwei wochen sehr viel mit dem tod beschäftigt zum einen von harry graf kessler nicht von harry graf kessler von manfred von richthofen und er hat er hat wieder sein lieblingsthema ausgegraben und zwar das thema ist das dass der außenminister oder das ist ja der der staatssekretär damals kühlmann er hetzt wieder über den her dass er eigentlich ziemlich unfähig ist und nicht durchsetzung stark ist lieblingsbeschäftigung von harry graf kessler und er sagt auch dass kühlmann erledigt ist dass er eigentlich abgesetzt werden muss er beschreibt sie er der so ehrgeizig und eitel ist scheitert in seiner karriere daran dass er damals nicht zugriff und durchgriff aus lauter angst er könnte sich schaden er meint die autonomie von elsa slothring eine trage schwache und indolente figur trotz seiner bauernfäuste ein krankes gewissen in der seele eines sehr rosarischen geschäftsmannes vor lauter gewissen steht er jenseits von gut und böse wird schlecht spätisiert sich in lügen hinein eine sehr deutsche figur aber keine schöne was eine deutsche figur eine sehr deutsche figur aber keine schöne den merke ich mir auch das ist auch wieder super das ist wie das ist das sind nicht immer mit die highlights aus diesem tage ja einfach wie man mit stil leute beleidigen kann ja das ist diesen auf niveau ja es den hätte ich gerne mal in den webbattle erlebt ja gegen wie mc hammer und dann harry graf kessler ja und wie gesagt er sagt halt hätte der außenminister seine tolle idee verwirklicht nämlich eisersgrad lothringen unabhängiger zu gestalten aber unter der oberherrschaft des deutschen reiches wären wir dem frieden wesentlich nah und das hat der kühlmann nicht gemacht und der kühlmann ist doof kann sich nicht durchsetzen und der muss abgesetzt werden aber das behauptete also das verlangt er und fordert er ja schon seit wochen und monaten eigentlich schon seit der ersten seite dieses tagebuch dieses tage ja das thema kommt dann mehrmals wieder ich sag's jetzt nur einmal dann kommt dann noch mal zu sprechen auf den brief auf die sixtus affäre den brief des kaisers von österreich hält man in berlin so wie in clemenz sau der präsidenten frankreich veröffentlicht hat für echt der kaiser habe offenbar auf unsere kosten und kosten italiens mit frankreich frieden schließen wollen drahtzieher seien die kaiserin und deren mutter gewesen die missstimmung sei infolgedessen stark und nicht durch die parmörser an der westfront behoben namentlich da die österreicher in italien nicht angreifen hatten wir letzte folge die sextus affäre genau und österreich ungarn hat an den westfront ein paar divisionen geschickt um die deutschen zu helfen die ist aber nicht die sind aber nicht kriegsentscheidend und italien ist halt ruhe und die deutschen fühlen sich so ein bisschen alleingelassen gerade und das auch zu recht glaube ich dann am ersten mai das wusste ich nicht schreibt er 100 jähriger geburtstag von karmarkt ja war jetzt gerade also 200 jähriger ja der die geordnet zwar übermorgen zum zeitpunkt der aufnahme und fünf tage in der vergangenheit zur veröffentlichung und die vier tage der vergangenheit zur veröffentlichung dieser folge wird karmark 200 er schreibt dass er um sechs viertel nach sechs aufgeweckt wurde durch parademäßig militärisches trommeln ja und zwar zwei boden standen auf den leeren bahnhofplatz in zürich und haben in den nassen morgen rumgetrommelt interessant ich glaube das wird heute also wird in zürich zum 200 geburtstag wahrscheinlich nicht sein für die drei million drei milliarden euro frage wenn jemand fragt wie wurde vor 100 jahren in zürich der geburtstag von karmarkt gefeiert das war die antwort zwei typen standen im regen am bahnhof platz ja also wie wurde vor 100 jahren der 100 jährige geburtstag des karmarkt gefeiert korrekt da hast du recht genau letzte sache die ich noch ergehen möchte ist und zwar sein letzter eintrag am letzten tag am fünften mai sozusagen genau 100 jahren der vergangenheit zur veröffentlichung der episode heute früh in der fosschen zeitung notiz dass der kleine braun der sohn der libraun der bei heften war am 29 gefallen ist ich war sehr erschüttert dass wieder einer von den begabtesten und frischsten die wir für die zukunft nötigt hatten fort ist solch einzelner todesfall bringt den krieg nah gegen dessen blutige scheußlichkeit man in der ferne abstimmt ich habe nochmal recherchiert dieser sohn also die libraun war eine schauspielerin und schriftstellerin die libraun war eine schriftstellerin und feministin eine bekannte gibt es wieder natürlich wikipedia und noch ein löcher und internet noch ein löcher der sohn selber war lyriker obwohl er der ist auch heute noch bekannt obwohl er nur 21 jahre alt war als er gestorben ist und der galt als hochbegab über den wird berichtet nach meiner recherche dass er mit zwölf schon mittel hochdeutsch konnte also dieses alter von der vogelweil alte deutsch um die germanischen helden original zu lesen und griechisch konnte natürlich auch weil dann kann man ja die ganzen ollen griechen da im original lesen also galt als sehr sehr begabt und von denen ist aber nicht viel gehalten geblieben ein gedicht zum beispiel ja und der ist mit 21 war ein kriegsfreiwilliger der hat sich also mit 18 freiwillig gemeldet 1914 und der hat auch seine mutter tot vorgefunden die ist gestorben als er im soldatenurlaub war vor einem jahr aus der sicht von vor 100 jahren und jetzt ist er auch gestorben da sieht man einfach auch was der krieg sozusagen kaputt gemacht hat gut soviel zum totholz teil von dir ja ich würde sagen dann kommen wir zum teil so kommen wir nun zu meinem totholz teil ich lese aus forgotten voices of the great war max arthur max arthur genau und ich wollte ja noch nachträglich die einträge aus dem april vortragen beziehungsweise zusammenfassen also worum geht es überhaupt dass der max arthur hat sich tape aufnahmen angehört aus denen ich glaube 60er und 70er jahren als ja veteranen aufgenommen wurden was sie sozusagen hatten über den ersten weltkrieg wie sie den erlebt haben und da kommen wir jetzt zu dem zum april dann haben wir zum an zum einen den gana george kohl und der hatte auch eine ziemlich coole also mehr was heißt cool eine sehr spannende geschichte und zwar war er gerade damit beschäftigt telefonleitungen zu reparieren also er musste rausgehen aufs feld und dort damals gab es schon telefonen feldtelefon und es gab auch tatsächlich schon erste leitungen ich meine gehört zu haben dass das eines der gefährlichsten ausgaben waren diese blöden leitung zu reparieren das weiß ich jetzt nicht aber das kann ich mir gut vorstellen weil du er schreibt er war unbewaffnet der musste unbewaffnet raus und ja also selbst wenn er bewaffnet wer musste halt raus aus fällt klingt ungeschützter als im graben er muss ja auch aufstehen und so weiter kann ich geduckt teilweise magie also ja und du hast immer im nacken das ding muss repariert werden sonst können die nicht miteinander kommunizieren und so schreibt er also auch dass er unterwegs war in ihrem leitungen repariert und auf einmal standen deutsche vor ihnen und haben sie bedroht und ja dadurch dass sie aber selber gar nicht bewaffnet waren konnten sie einfach gefangen genommen werden und jetzt wird es ein bisschen abstrus was also schreibt es ist jetzt nämlich nicht so ganz klar aber die deutschen hatten anscheinend einen verwundeten dabei und sie haben jetzt die beiden briten beauftragt diesen verwundeten zu tragen und zwar zur nächsten möglichkeit worden versorgt werden kann und sie schreiben wie sie den zu tragen und wieder mal wasser wasser sagt das steht hier auch so drin ist das buch ist auf englisch steht hier mal drin ich kenne sagen wasser 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 und das bleibt ihm also im kopf und sie kommen an auf einmal an einem anderen britischen verwundeten vorbei der auch noch bei bewusstsein ist und dieser deutsche der macht es echt nicht mehr lange den sie da tragen da ist wirklich schlecht also wirklich schlimm mitgenommen und jetzt steht hier dass sie den deutschen unbemerkt einfach abgelegt haben in so ein loch und haben einfach dafür den briten genommen den weitergetragen es ist jetzt aus dem kontext nicht so ganz geht nicht so ganz hervor ob sie also das muss ja anscheinend richtige meute von deutschen gewesen sein die sie da gefangen genommen haben wie konnten sie jetzt unbemerkt diesen gefangenen austausch sage ich mal machen das ist hier nicht so ganz klar ist ein bisschen verwirrend aber auch interessant also und wir haben es anscheinend geschafft klingt ja eine harte entscheidung was würdest du machen schläppst du ein ami mit dir rum und auf einmal schreit ein kameraden leider sind gleich hilfsbedürftig wen rettest du zuerst eine gute frage hat dann auch gesagt zu seinem kameraden for god's sake don't ever mention this will be shoot out of hand also wenn irgendjemand das mitkriegt die schießen und sofort nieder dann habe ich hier noch captain marbury esler der war beim bei der schlacht von wills bitte nur ja wie jes bitte nur von genau fahrer er war dort vor ort und ja sie mussten sich zurückziehen und haben dort ein nahe gelegten nahe gelegenen steinbruch vorgefunden mit einer höhle und da haben sie sich drin schnell zurückgezogen und auf einmal macht es noch krach und wumms und ja weiter leute weiter hinten in der höhle waren auf einmal verschüttet und er sagt auch tot und das waren alles so eine wie hatte das gesagt also es waren leute die so eine tragen getragen haben also verwundete leute wurden auf tragen getragen und dafür gab es bestimmte träger und die waren alle da verschüttet und ein anderer captain kam irgendwann an und kam auch in diesen in diesen steinbruch an und sagte ja wir müssen jetzt hier aber mal weiter die deutschen überrennen uns gleich wir müssen jetzt hier bis zum nächsten posten wieder zurück und zurückziehen sonst sind wir verloren sag mal wo sind eigentlich deine ganzen träger also die die verwunden tragen er sagt naja da hinten verschüttet ja wir müssen aber trotzdem los denn jeder der jetzt kann der läuft jetzt und er sagt also es waren 180 die los liefen 21 kamen an und er schreibt das richtig das war so eine art wetterin richtig es kam ihm vor wie ein albtraum und er sagt auch er hat das wahrscheinlich nur überstanden weil er wirklich dachte seinem albtraum und er würde irgendwann auch wieder aufwachen ansonsten hätte das psychisch gar nicht ausgehalten das hat er sich immer wieder eingeredet es ist ein albtraum ich wache auf ich muss jetzt hier nur weiterlaufen unter anderem gar nicht mal so schlecht wahrscheinlich darf man nicht ernst noch drüber nachdenken unter anderem hat er denn auch einen verwundeten entweder kam er bei einem verwundeten vorbei oder der wurde gerade verwundet als sie sich zurückzogen das weiß ich jetzt hier nicht gerade nicht mehr so aber jedenfalls hatte der konnte nicht mehr laufen und da meinten die ja wir tragen dich jetzt mal hier als der war mitten auf dem weg anscheinend verwundet der verwundete war mit noch weg da meinten sie zudem ja wir tragen dich jetzt hier mal so ein bisschen an den rand und lassen dich da und der verwundete wollte mich jetzt hier nicht mit zurück tragen wir wollten mich jetzt hier einfach hier lassen und der hat der captain meint nur ja es tut mir leid aber es gibt keine träger mehr und wir müssen ja alle um unser leben rennen ich kann jetzt hier nichts weitermachen als zumindest die deutschen haben haben panzer dich hier aus dem weg zu räumen und vielleicht kommt irgendjemand anderes von uns und sammelt dich ein tut mir leid er meint doch das war einerseits der härtesten entscheidungen aber er musste es machen das ist schwierig ich will mir ich will mir da kein urteil anmaßen ist es ist man steckt da selber nicht drin man kann nur froh sein dass man selber nicht vor so einer wahl gestellt wird ja oder oder wie captain henry oxley auch schreibt hier dass er sie hatten gas masken auf und haben damit gekämpft und dann hat er den refil gegeben sie wieder abzusetzen weil er mitbekommen hat dass jetzt kein gas und hat er mitbekommen dass hier überall also irgendwie ein ganz komischer geruch ist damit bekommen okay also die deutschen die haben wir uns so beschossen dass die ganzen toten wirklich zerfetzt wurden und überall körperteile herum schossen und er meint also also im nachhinein war es ganz gut dass es nicht tag war sondern nacht weil nämlich später hat damit bekommen dass sein komplettes gesicht rot war also von blut was also auch keine schöne vorstellung die man so hat wird auch nicht mehr besser hier im april luis ich habe jetzt hier noch eine meldung die also klingt sehr dramatisch ja auch mal vorsichtig zu formulieren von dramatischer geht es jetzt nicht das ist ja schon das ist klar von private william hall er meinte sie lagen in einem unterschlupf die deutschen kamen immer näher und immer näher wir erinnern uns ja frühjahrsoffensive der deutschen sie haben am anfang der frühjahrsoffensive im april haben sie ja noch richtig viel gebiet eingenommen und dieser private will ihm schreibt wie sie da alle in so einem unterschlupf da lagen und dann kam so ein befehlshaber auf einem pferd angeritten und meinte ihr liegt hier gut ihr werdet hier die deutschen verteidigen also uns verteidigen und die deutschen bekämpfen das ist eine gute stellung und man hörte nur aus dem gesamten leuten die da so lagen das ist hier keine gute stellung die deutschen haben panzer die werden uns hier gleich überrollen und er sagt doch doch ihr seid hier gut und ja jetzt kann das jetzt vielleicht so ein bisschen lyrik wie sagt man ein bisschen erfindung sein was er hier sagt aber er sagt genau in dem augenblick als der das gesagt hat kam auf einmal ein panzer um die ecke und hat geschossen und der typ auf seinem pferd ist sofort weggerannt als weg galoppiert und alle alle sind natürlich auch weggerannt sind dann nicht geblieben kann ich mir schon vorstellen dass sowas passiert ich finde es interessant weil die deutschen hätten sehr wenig panzer am ersten weltkrieg also ja aber 1918 schon aber ganz trotzdem ist es gab eigentlich nur einen bekannten panzer die sind ganz großen und den gab es auch nur in sehr geringen stück zahlen ich meine dass wir vor kurzem die erste panzerschlacht hatten wo wirklich beide seiten auch richtig hatten ja also ich habe jetzt aber auch keinen keinen ort hier gefunden die werden sich das nicht ausgedacht haben dass das stimmt ich finde es nur interessant ich hätte nicht damit gerechnet dass so viele berichte über deutsche panzer kommen weil mein mein gefährt mein wissen ist dass sie sehr wenig hatten nur aber gut es ist jetzt auch hier april frühjahrsoffensiv sind hier an der westfront ja wahrscheinlich haben sie alle die saaten dahin geschickt wahrscheinlich ja oder vielleicht auch generell sagt man sich die deutschen haben jetzt panzer also wenn einer gesichtet wird dann kann man vielleicht denken denken okay die deutschen haben jetzt ein panzer ich würde eher spekulieren dass ein panzer dass sie den begriff panzer tank für nicht nur raupen mit geschütztürmen sondern auch fahrzeugen mit maschinengewehren also autos und maschinengewehren das kann auch sein dass wir jetzt er weil die waren wesentlich verbreitet da auch schon im ersten wehrkrieg so gepanzerte autos mit maschinengewehr um drauf gut ja also das auch der begriff den man hier liest tanks ja dann mal genau ist auch kriegen wir jetzt sowieso nicht raus möchte ich nur noch mal anmerken dann haben wir hier captain marberley esler und der schreibt wirklich allerhand und zwar dass eines tages er von seinem kommandanten eine aufgabe bekommen hat die sein kommandant ihm nur ungern gibt und zwar betraf das einen jungen mann und der captain marberley esler schreibt diese junge mann ist ihm schon mal von einige male auffällig geworden und zwar hat er sich immer ein bisschen gedrückt auch an der front ist er nie so richtig da gewesen komischerweise und er wurde tatsächlich zum tode verurteilt wegen ja feigheit vom fein ja und der sollte hingerichtet werden und der captain marberley esler hat jetzt die aufgabe bekommen er sollte ihm so eine art kennzeichnung umhängen damit jeder auf sein herz treffen kann also auf sein herz zielen kann und ja gut aber kann man sich auch vorstellen wahrscheinlich sind die leute die da auf die auf diesen armen jungen da so schießen müssen die sind wahrscheinlich so auch durcheinander mit den nerven dass die wahrscheinlich froh sind dass sie ein ziel haben wo sie wahrscheinlich hinschießen können das klingt jeweils furchtbar ja und also er meint dass das tat ihm so leid dass er dann nochmal zu ihm hingegangen ist mit alkohol und gesagt hat hier trinkt das mal das wird dir helfen dass die die sache angenehmer zu machen und der arme wicht fragt nur was ist denn das er sagt ja hier alkohol trink das mal und der wicht sagt nee ich hab ich hab nie angefangen alkohol zu trinken in meinem leben und ich werde jetzt auch nicht damit anfangen woraufhin der sehr der captain sehr beeindruckt war dass er das sagt der hatte also courage allerdings nicht bis zum schluss also kurz vor der hinrichtung haben halt einfach seine beine schlapp gemacht und er musste wirklich hingetragen werden ähm da wurde ihm eine augenbinde umgemacht und er sagt er beschreibt jetzt hier wie das so ablief ähm da standen halt acht leute mit gewehr die auf ihn zielten und ähm nur zwei von ihnen hatten wirklich geladene waffen die anderen sechs hatten so eine platzpatron dass niemand wusste wer ihn wirklich umgebracht hat ja genau niemand wusste wer ihn wirklich getroffen hat und ähm dann kam es zum schuss und leider hat er dann noch so reflexe von sich gegeben meint ähm dass das passiert hat manchmal anscheinend wenn man Leute auf Leute schießt dass der körper noch reflexe macht man weiß dann nicht ob die ob die person noch lebt oder nicht woraufhin denn ähm der sergeant mit einer pistole zu ihm gelaufen ist und ihn in den kopf geschossen hat äh der gnadenschuss ja und dann haben wir noch eine letzte geschichte da werde ich jetzt nicht die einzelnen personen nennen die es gesagt haben sondern generell was mir noch aufgefallen ist über den ganzen april dass jetzt die us amerikaner ankommen in frankreich und wir haben so verschiedene aussagen von von tatsächlich von us amerikanischen soldaten die sagen wir wurden hier von den frauen bejubelt als sie ankamen und man hat uns küsse geschenkt und ähm wir haben aber diszipliniert sind wir einfach weitergelaufen haben so getan als ob wir ähm nur das eine im kopf haben das fällt mir französische frauen das fällt mir schwer aber gut das zu glauben vielleicht mussten sie aber ich glaube nicht dass sie das wirklich wollten ja also weiß man auch nicht was wirklich wahr ist an den geschichten die man so liest beziehungsweise hört andere franzosen haben denn geschrieben dass die us amerikaner komischerweise wirklich erpicht waren darauf auch mal ähm also in den krieg mal zu gehen zu front das war dem völlig fremd ich meine die franzosen die kämpfen ja auch schon seit zwei drei jahren und die amerikaner die kannten das halt noch nicht so wirklich die wussten anscheinend auch nicht so wirklich was auf sie zukommt die kamen auch in in autos anscheinend an und haben gesungen auf dem weg zu also zumindest zu dem lagern ähm ein britischer soldat meinte dass ihm das völlig völlig komisch völlig perplex vorkam dass da leute auf dem weg zur front und dann auch nur indirekt singen ja kann ich mir auch vorstellen das muss so aber das ist das was den unterschied dann macht diese völlig ausgeruhten motivierten truppen an diesen total abgekämpften schauplatz wo alle seiten nicht mehr können das ist das was die auch so wertvoll macht und dann gab es noch einen eintrag von einem us amerikaner und damit möchte ich auch abschließen das haben wir schon öfter mal gehört die in ihrem ersten in ihrer ersten zeit am ihrer ersten tag nacht beziehungsweise an der front ähm haben sie die franzosen zugesehen bei so einem feuer wie die ihre hemden ausgezogen haben generell ist ihm allen aufgefallen dass die franzosen anscheinend schon ähm seit mindestens einem jahr ihre ihre kleidung tragen also dieselbe kleidung anhaben dass sie sie anscheinend die ganze zeit anhaben das war denen total fand die total komisch ähm und ähm abends am ersten abend haben halt viele franzosen ihre hemden ausgezogen und haben die über dem übers feuer gehalten und dann macht es nur so plopp 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 und ich denke du kannst dir denken was es war läuse läuse eine bewährte technik die man damals gemacht hat die kleidung nahe übers feuer machen damit die ähm läuse platzen auch die eier platzen und das fanden die amerikaner total seltsam und komisch ähm ja am nächsten tag hatten sie selber läuse überall es hat nicht lange es hat einen tag gedauert dann waren sie selber voller läuse ja äh also nicht ganz so schöne Geschichten man muss sagen dass bei dem sehr dramatisch wir auch öfter mal schönere Momente haben weil wir dennoch gehört haben was die Leute danach gemacht haben das fehlt hier komplett äh hier haben wir wirklich nur die unverfälschte Gegebenheit des Krieges die uns da zu Tage gefördert wird ähm mal schauen was der Mai bringt ich würde sagen mit den Worten sehen wir uns denn und hören wir uns in zwei Wochen wieder ja äh ich möchte mich nochmal für das Tape Deck bedanken wie gesagt wir haben es heute nicht verwendet weil es gab so Rauschproblemen mit unserem restlichen Aufnahme Equipment das funktioniert aber an sich super dann werden wir nochmal die wir wurden hingewiesen auf die Episode von WDR Zeit Zeichen diesmal über Manfred von Richthofen die werden wir verlinken in der Folge ich glaube es war WDR Stichtag ich korrigiere mich aber der Link der Link folgt dann diese Autobiografie die gut zu lesen ist man aber natürlich bewerten muss im Kontext werden wir verlinken wir werden unsere Totholzbücher verlinken ähm unser verwendetes Aufnahmegerät werden wir verlinken und auch das Tape Deck was wir nicht verwendet haben werden wir verlinken falls für alle die das interessiert und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Amen Amen Vielen Dank.